Guten Abend miteinander. Heute haben wir Ihnen einen Tipp, wenn wir im Nu einen herrlichen Salatteller auf den Tisch zaubern. Mit dem Midi-Beutelsalat und der Saladessa von Tommi. Die Rassig Saladessa ist eine kräftige Salatsauce ohne Öl, die mit vielen Gewürzen bereits vollendet abgeschmückt ist. Und so einfach gibt es einen herrlichen Salat ohne grosse Vorbereitungen. Einfach Saladessa, dann das Skop-Saunenblumenöl, je nach Gutdünken dazu und ein Beutel Midi-Salat. Das Ganze jetzt noch mischen. Und schon fertig ist er. Die Midi-Salat in diesen platzsparenden Alufrischhaltebeuteln sind pasteurisiert ohne Konservierungsmittel. Und man kann sie monatelang ungeöffnet auch ausserhalb des Kühlschranks aufbewahren. Saladessa und Midi-Beutelsalat sind bei Coop besonders günstig. Das aktuelle Frischgemüse für Salat sind jetzt Gurken. Am besten ganz dünne Scheiben schneiden. Und wenn möglich nicht schälen. Gurken sind nämlich ungeschält besser verdaulich. Haben Sie gewusst, dass Gurken im Vergleich zum Kopfsalat gleich viel Vitamin C haben? Und sogar weniger Kalorien. Oder Joule, wie man heute sagt. Profitieren Sie vom Gurkenangebot bei Coop. Auch diese sind jetzt bei Coop besonders günstig. Golden Delicious in der bekannten Coop-Qualität. Denn wie alle Schweizer Apfel werden auch Golden Delicious von Spezialisten streng ausgelesen und sorgfältig gelagert. Bei Coop gibt es jetzt Golden Delicious Apfel in diesen praktischen Tragtaschen zu unschlagbaren Tiefpreisen. Aber jetzt zum 10'000 Franken Wettbewerb. Da schreiben Sie wie immer eine Postkarte an das Coop Mittwochstudio, Postfach 4091 Basel. Einsendeschluss ist der 24. April. Die Aufgabe ist einfach. Notieren Sie drei von den Coop Aktionsangebote, die Sie jetzt gerade sehen. Auf Wiedersehen miteinander. Am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 180 Gramm Arnie Brussien für einen Franken 20. Drei Palmolivensäufen an 145 Gramm für 2.40 Franken. Vier tiefgekühlte Goldstarr Käsküchli an 70 Gramm für einen Franken 90. Für 1.50 Franken gibt es bei Coop 100 Gramm Hinterschinken. Und 100 Gramm Vorderschinken kostet sogar nur 1.30 Franken. Vakuum verpackt oder offen. Die glatten Kinderkniensocken gibt es je nach Grösse für 2.30 Franken bis 2.50 Franken. Und die Alu-Haushaltsrolle an 30 Meter kostet 2.50 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop 2 Dosen an 880 Gramm Midi Eier-Ravioli für 3.40 Franken. Und ein feiner Aprikosengeg an 330 Gramm für 2.80 Franken. All die Angebote gibt es ab morgen in allen Coop-Läden. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!